Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde PC-Facking 2. Und heute wollen wir ja unsere Grafikkarte full upgraden, wenn ich es nicht schon getan habe. Ich bin nämlich gerade ein bisschen... Ja, ne, haben wir nämlich nicht. Okay. Ja, heute wollen wir auf jeden Fall... Meine Stimme, Bruder, die verabschiedet sich gerade. Heute wollen wir mal das hier alles freischalten und zusätzlich bauen wir heute ein Mainboard. Ja, das steht heute alles so fest, aber erstmal machen wir folgendes. Hallo? Den da. So. Denn wir haben ja hier auch schon unsere erste Grafikkarte. 500 Millionen investieren. Ah, perfekt, wir haben 500 Millionen verloren. Okay, so, Grafik bin ich nämlich nicht auf Platz 1, sondern auf 40. Deswegen müssen wir jetzt hier alles upgraden. Und das machen wir einfach, indem wir jetzt hier die ganze Zeit auf diesen Scheiß... Man muss Klicker drücken, bis wir alles haben. So. Ach man, das hasse ich immer so. Aber egal, macht nichts. Ah, wir haben es geschafft. Irgendwie habt ihr auch keinen Sound hier. Ich weiß schon wieder nicht, warum dieses Ding hier schon wieder keinen Sound aufnimmt. Okay, Leute, ich bin wieder da. Ich hoffe, es funktioniert jetzt noch etwas. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit diesem Scheiß-Drecks-Lautsprecher los ist. Ich muss mir eh einen neuen holen, sagen wir es mal so. Liegt eventuell auch daran, dass da nicht im PC direkt angeschlossen ist. Aber das ändere ich sowieso alles noch. Ah, jetzt komm. Und jetzt da auch mal... Ah, perfekt. So, machen wir das hier noch. Mann. Was war jetzt? Ey. Okay, jetzt so, maximal. Klicken, klicken, klicken. Junge, mein Job ist stehen einfach nur rausklingen. Ah, danke. Okay, jetzt habe ich alles. Perfekt. Gut. Perfekt, wir haben 42 Menschen eingedienst. Was baue ich denn hier? Ach, wahrscheinlich ein neuer Grafikdienst, ne? V2. So. Zack. Bringen wir raus. So. Ja, ich bringe einen neuen Prozessor raus. Ach so. Machen wir den mal auf minus 10. So. Mann. Jetzt mach. Okay, so. Kaufen wir uns jetzt... Einmal... Die Mainbots. So. So. Oh, ich frage mich, genau. Mainbots. Okay. USB-Typ, zack, zack, Speichertyp, ja, okay, jetzt muss ich nur noch das, hier einmal upgraden, und dann können wir auch schon das Gerät rausbringen, wenn es nicht so lange dauern würde, ah, danke, jetzt ging, okay, perfekt, jetzt haben wir alles, gut, dann bringen wir jetzt auch mal unser stgm mainboard v1, das stopft, egal, das ist geil, Sata-Version, USB-Typ A, USB-Typ C, Displayport-Anschlüssel hat es ein, aha, oh, Angel ist eine gute Farbe, erhöhen nur 2500 Dollar, rein da, hm, okay, dann warten wir jetzt einfach mal, würde ich sagen, bis wir hier die fulle Dings haben, so Leute, ich bin wieder weg, wir haben jetzt hier den V21, ich weiß jetzt nicht, warum genau wir noch ein einzeln hier haben, aber egal, okay, ja, alles neu, natürlich, ja, wollen wir 79 Billiarden rausplanen, nee, ne, ich würde sagen 40, ja, oder 30, ja, komm, wir machen 30, oha, oha, 7,8, das ist eine geile Note, 410.000, ja, sorry, 410.000, alter, ah, alles, ja, okay, dann haben wir auch direkt hier gleich unser mainboard raus, perfekt, mainboard V1, so, modernste mainboard, technologischer Fortschritt 5200, ok, da ballern wir auch 30 raus, 6,6, 6,6, ja, passt, 7, ne, glatt ist 7, ist gut, aber wir sind auf Platz 1, schmeckt doch, mainboard V1, aber nur 7.000 Unterschied, ne, ok, dann müssen wir auch hier eben, was ist das unternehmen, HP-Milchschritt 1, 118.000 von, oha, ja, natürlich, wir könnten ja eigentlich auch mal welche kaufen, hier, lass mal den hier kaufen, so, kaufen wir den hier auch, der ist auch gekauft, hier die ganzen kleinen Firmen können wir nämlich kaufen, 1,62 Billiarden, oh, rein da, ok, so, jetzt müssen wir aber jetzt noch kurz warten, wir wollen ja unser mainboard rausbringen, äh, unsere andere Grafikart rausbringen, ok, so, ok, so, 130.000, alles klar, da ballern wir jetzt nochmal 20 Billionen raus, wobei, wir können auch eigentlich 30 Billionen raushauen, ist sogar gut gewesen, dass ich das gemacht habe, äh, was, ne Millionen fast? äh, äh, alles klar, ja gut, hab ich gesagt, oh, wird der Potential 2 gibt es jetzt, gut, wir kaufen jetzt weiter 4 ein, weil durch die kriegen wir auch Kohle, ja, wir haben aber kein Geld mehr, gut, dann müssen wir eben kurz warten, ok, wir haben hier so eine staatliche Anerkennungsdinge, den ganz, da muss er gekriegt, ähm, ja, ähm, ja, tschüss mal, warum kostet das hier denn immer alles so Millionen, ey, hier ist Kingston, geil, hier ist auch eingekauft, Toshiba natürlich auch, Acer, kommen sie her, Gigabyte, Lenovo, NSI, HP natürlich auch, ASUS, ah, wir haben schon wieder kein Geld, wie viele Firmen habe ich jetzt gekauft, oh, ich habe, ASUS, achso, ne, das kann ich ja nicht, warte mal, jährliches Einkommen, wo bin ich da? äh, hier, ok, monatliches Einkommen bin ich auch relativ gut, ja, schmeckt doch, ah, wir haben hier unser Geld, ich kriegt was, plus 6 Milliarden, was sind das? keine Ahnung, sammeln. 500.000 neue Fans, geil. das ist gut, na, ich habe jetzt Samsung eingeholt, egal Leute, ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken, ein Abo und einen Kommentar da, schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt, aktiviert die Glocke, damit keiner mehr verpasst, und drauf auf den Tag, haut rein, euer Stando, tschau, tschau.